Und die Folgen, kommentiert jetzt Thomas Berbner vom Norddeutschen Rundfunk. Es ist politisches Sommertheater und Helden gibt es keine in dem Stück. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz hat natürlich das Recht, sich gegen das Durchstechen von internen Dokumenten zu wehren. Zur Not auch mit einer Strafanzeige gegen Unbekannt. Und Hans-Georg Maaßen ist auch kein Scharfmacher, sondern hat dem deutschen Inlandsgeheimdienst nach den Pannen bei der Mordserie des NSU mehr Transparenz verordnet. Doch eine Frage ist bisher nicht zweifelsfrei beantwortet. Waren die jetzt veröffentlichten Dokumente über Haushaltspläne oder interne Strukturen wirklich Staatsgeheimnisse? Wer ein solch schweres Geschütz auffährt, muss beim Laden besonders sorgfältig sein. Sonst kann es ihm selbst um die Ohren fliegen. Der Generalbundesanwalt sieht sich als Bauernopfer. Sein ganzes Verhalten zeigt, dass der politische Beamte Harald Range in Schuhen wandelt, die mehreren Nummern zu groß für ihn sind. Wenn er ernsthafte Zweifel daran hatte, dass hier ein Fall von Landesverrat vorliegt, hätte er das Ermittlungsverfahren niemals einleiten sollen. Die ungetrübte Aussicht vom Gipfel der Scheinheiligkeit darf im Moment der Bundesjustizminister genießen. Heiko Maas war früh eingeweiht. Entscheidendes unternommen haben er oder sein Ministerium aber nicht. Sich jetzt hinzustellen und größtmögliche Distanz zum Generalbundesanwalt zu betonen, ist peinlich. Da schlägt sich einer in die Büsche. Pleiten, Pech und Pannen. Hoffentlich macht der Generalbundesanwalt wenigstens am Ende etwas richtig und stellt das Ermittlungsverfahren wieder ein. Es wäre das Ende eines Trauerspiels, das keinen zweiten Akt verdient hat.